We see you two in the past! Ja, geht los! Also die Shotgun-Typen müssen wir als erstes wegkommen, ne? Ja, und die Sniper. Ja. Ja, ich hoffe, ich denke auch nicht mehr. Wenn sie die Schleusen sprengen, könnte das ganze Ding geflutet werden. Ich will erst, wenn die Rollkugel reinholen. Was habt ihr auf der Kugel drauf? Feuer aus. Feuer ist gut. Feuer ist gut. Feuer ist gut. Ich habe Marpalm drauf und das Talent, dass 40% mehr Schaden durch Feuer angerichtet werden. Feuer ist gut. 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 Feuer ist auf jeden Fall gut. Boah! Alter! Sauber. Dann sind die erstmal gestunnt und können nichts machen. Sauber. Das ist gut. Dann haben wir eine Granate bei euch. Pass auf! Dann haben wir eine Granate bei euch. Pass auf! Ich auch. Ich auch. Stop, go! Granate aus, Floretten! Ja, da ist ja so ein Special Experte. Ja. So. Das ging doch schon mal besser wie gestern. Wir haben hier schon eine halbe Stunde rum gesetzt. Ja, das kommt aber, weil wir uns absprechen. Das macht das aus. Fünf. Kommt erst weg gleich. Jawoll. Das war ja erstmal easy. Ja, hier kann man auch ein bisschen fudeln. Und zwar, okay, hier kann man auch was überspringen. Ein paar Gegner. Aber machen wir nicht, ne? Ne. Einfach alles mit. So. Ich nehme die Sniper, ich nehme die Sniper da oben vor. Okay. Ja, mich auch. Da oben steht immer... Der steht gleich in der Kanne, ne? In der Kanne, ne? Genau, die habe ich schon getroffen, die Kanne. Ich nehme mal den Linken. Geht gar nichts weg. Wir kriegen Besuch hier. Komm, Kugel raus. Ich hau mal den. Geh nach hinten. Granate. Boah, das war knapp. Steck dein Kopf raus. So, Granate. Boah. Oh, der passt auf. Der ist hier gleich hier vorn ums Eck. Das sehen. Kamera davor. Oh, der kommt zu mir. Komm, hau ab. Oh, der kommt zu mir. Bei der nicht kommen. Der hat der denn da liegt. Der möchte da nur kuscheln. Ja, hochgezogen. Ey, renn doch nicht so schnell weg. Ich will ihn mieten. Ich will ihn noch mieten. Was ist der denn, der Pisser? Ey. So. Der ist explodiert. Scheiße, so ne Sau. Ich muss noch was fallen lassen, ey. Ja. Ah, der schwierige Teil kommt ja noch. Ja. Vorne gleich, glaube ich. Wenn er Mui braucht. Nee, ist besser jetzt, glaube ich. Mit dem kann er. Muss man jetzt sonst kissen. Ne, ich sammle immer auf. Immer zack. Ja, wir haben das meistens so. Genau, da ist die. Gehen wir denn wieder hoch, oder? Gehen wir denn wieder hoch, oder? Oh Gott, die sind wie ein Heuschreckenschwamm. Lass sie die durchbrechen. Ich geh immer die Leiter hoch. Und Sniper stellen von oben. Ne, du musst noch einen weiter. Ja, 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 ich weiß. Wollte ja schon mal professionell hoch unsorben. Wir sind aber noch gegen oben. wird hier sind 3�� Teil 5 Kanate bei euch, vorsicht. Komm, wollen wir mal eine Kugel runter? gannarte bei Bonsai, ihr wollt. Also, wer ist denn da? Granate bei uns, Vorsicht! Bei euch auch Stefan, Granate. Ja, das könnte ich ein bisschen. Ja boah, die Talente schnell wieder zur Verfügung, das ist sehr gut. Granate, Florian, bei dir. Ey, sie sind super schnell da, die Talente. Komm, schluss mal mit einem Ironer. Granate. Granate. Bei euch Granate. Wir sind aber giftig jetzt, das mögen wir euch nicht. Ja, dann müsst ihr mal gucken, die Granatentypen weghauen und die mit dem Sternchen. Da. Da ist noch so ein Granatentyp, da ist noch einer mit Sternen. Er ist weg, ganz hinten ist nur einer. Kommt wieder, Fatzkiss. Granate, Danny. Oh, mein Sniper ist leer. Mein Sniper gehört schon leer. Ja, die Scheibe, ja. Boah. 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 geist lagge aus der platz noch ein stück hier rüber florian einmal hier durch dann kriegst du ein bisschen leben so war so war Nein, der Herr Marsch. Alter, hast knallt auf. Der Gewehrfritz ist weg da hinten. Ein Sternchen ist da noch. Oder wo ist der? Nee, der ist weg. Naja, der ist hinter der Deckung. Ja, sehen. Nun aufsammeln. Oh ja. Pass auf, Granatisch müssen. Wir sind Division-Agenten und haben die unmittelbare Gefahr neutralisiert. Ich lege Sie auf unseren Funk, dann können Sie die Unterstützung dahin dirigieren, wo Sie gebrauchen werden. Wollt ihr die ganzen Wellen von nicht, bis die Zeit abgelaufen ist? Aber wir können einen überlassen gleich und den killen, wenn die Zeit abgelaufen ist. Die wollen raus, koste es, was es wolle. Und sie wissen, was uns bevorsteht, wenn diese Bomben hoch geht. Also Action war keine Action. Ja, wir haben schon Action. Ja, aber dann machen wir das. Gut, dann kommen wir es noch mal. Action! 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 Full-Action-Mool! Hier ist auch noch eine Mundkiste. Können wir gleich auch noch auffüllen. So, ich gebe meine Kugel mal. Ah, das hat sich kapatt gegangen. All right. Hören Sie, ich schicke jemanden, der sich um die Bombe kümmert. Passen Sie auf sie auf! Achten Sie auf Rikas, ich entschärfe das Ding. ich habe auch keine lust nach vorne zu gehen Aua und Granaten rein, Aua und Granaten, alles rein da schön gestunt, gehst du von dem Gerät weg da ich gehe hin, warte, bleib dich da wo ihr seid ja da ist einer, was auch mit der Axt den habe ich, den habe ich den könnte man jetzt leben lassen, bis die Zeit abgelaufen ist das bringt was? das bringt es dann, dass keine Welle mehr kommt ach ja, stimmt ja, logisch oder wir killen, dann kommt die nächste Welle das meinst du, ja ja, das können sie eigentlich sparen, die droppen ja eh nichts doch, die können ein Klauszeug droppen oder grüßes na gut, dann machen wir eine Wecker ich bin schon wieder, aber was ist denn los da? ich bin schon wieder ja, hab ich auch gemerkt, komm mal runter mann meint ihr Florian, Vorsicht boah, ein Schlag ey, ein Schlag komm her zu mir ich hab dich ich hab dich ich hab dich, komm mal einer noch 20 Sekunden noch 20 Sekunden ich bin echt mal gespannt, was ich schon für'n Gearscore hab ich auch verdammter den ist egal, wen sie töten und ein bisschen Loot aufsammeln jetzt hier noch wir treffen uns im Kontrollzentrum ich hab den, ja ja von dir, Doktor, weiß ich das aber ich hab ja dein Tipp-Video gesehen aber gut, ne? der Rucksack-Tipp ja weiß ja nicht jeder wir gucken, ob das auch noch irgendwann gefixt wird na, mit sicher ja gehen wir nach oben, ne? ja, ich geh wir nach oben, auf jeden Fall ja ich hab dir Fehler gemacht, anfangen Moin Moin Mahlzeit Komm mal hoch krampf bevor hören sie wir haben gute und schlechte Nachrichten ach, jetzt weiß ich nicht, wer das ist ja, alles klar das hier mit diesem Ding hat, ne? hier laufen ja das ist jetzt so, sozusagen der letzte Abschnitt hier der Boss ist der Sniper oh, das ist wirklich ein Grillpest hier, ey das ist ja geschockt guck mal, wie da zittert, ey diesen Eil, ey ja was noch was noch gut ist das sind die, äh von den Rollgranaten dieses Gas ja da werden die blind ja, kann doch einer von uns da noch reinmachen und das meint das wird aber Feuer ist auch nicht schlecht ich mein, wenn das explodiert da kann man zwar nicht mehr gut zählen, aber gut gut schaden eigentlich müsste ich schon Millionär sein, Herr ach, ja für jeden für jeden äh für jeden Gegner, der durch Headshot steht, bekomme ich Gelder woher sieht man, dass man den Kopf trifft? roten Kreis, oder? äh rot ist rot also so so ein leichtes rot ist Kopftreffer ah, alles klar blau ist Rüstung und orange ist Crit hier noch auch ist gut die sind bis die vor den der 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 ist der der Einer ist down. Der Einer ist auf Basis. Der zweite Sniper ist down, ja. Und da unten dann auch noch? Der Retter Sniper ist down. Die Schockdinge ist nicht verkehrt. Ja, ne? War nicht so lang, aber... Ja, die haben aber auf jeden Fall eine gute Reichweite eigentlich. Ja. Aber das haben wir hier gestern gekotzt, bestimmt noch mal gebrucht. Ich finde den Scheiß, ey. Agent, Ihre Freunde bringen einen Scharfschützen in Stellung. Passen Sie gut auf sich auf. Ja, zum Beispiel Lexington Event Center mit meinem Klan. Da dauert keine zehn Minuten, sind wir da durch, ey. Runter jetzt, oder? Ja, das kommt mal runter. Genau, hier vorne ist ein Seil. Kannst einsammeln? Kommt der Gegner. Ja, ja. Oh, Sniper! Ja, der Sniper ist der Boss. Auch. Ah, so. Der Boss Sniper ist richtig gefährlich, ey. Weil ich meistens einschusten bis down. Die JTF Leute, die stehen auch immer im Weg, ey. Mann, Wechsel. Warte. Granate. Granate? Ja, ich komm nicht weg. Ich bin da. Ja, komm, 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 komm. Blöde JTF Officer genau hinter mir stand, konnte ich mich nicht wegrollen, ey. Ja, hab schon. Ja. Granate bei uns. Vorsicht, Danny. Ja, ja. Versuch mal die Sniper auszuschalten. Ich bin da hinten. Stürbt, du Seil! Sehr schön. Ja, der Sniper ist übel. Lass mal hier zusammen bleiben. Komm schon. nein und da steigt er aufs dach doch schön in sichtweise für hier für johnny walker siehst du es getroffen getroffen und bracht unterstrengen kommt zurück Da hinten In das Auto Boah, weg zwei, ey Kanade Wurde gerade ein bisschen Oh, er hat mich sofort getroffen Der liegt nicht mehr Ihr kommt da hinten, klar? Ja Ja, komm, aber nach vorne Der ist weg Lass mal einen Spacko Komm, Stück zurück, Freunde Da siehst du, sehr schön Bäm Force is down Und endlich mal was gelbes, Alter Ja, sind wir noch gegner Ja Ja, geht set Also, wenn ihm das schon abgeschlossen ist Hast du dann schon mal zwei Gelder Items Ja, geht doch Oh, sehr schön Also, nice Ich, meine Männer und die Bewohner von New York Stehen in ihrer Schuld Ich bin mit einer Eskorte auf dem Weg zurück zur Basis Wir sprechen und wenn sie dort sind Na, Alter Wenn sie die Schleusen zurück hätten Hätten wir unsere Nachschublinie verloren Jetzt kann sich Benitez um die Sicherheit kümmern Wir sehen uns Ja, das ist jedenfalls schon mal viel, viel besser Dann denke ich an dieser Stelle Vielmals fürs Zuschauen Haut rein bis zum nächsten Mal Macht's gut und Ciao Willkommen Da ist puls Corona Danke dir Ja, nie Ich sch Ensinn Ich kann ausまだ